In einer Beziehung ist es wichtig, dass man auch Kompromisse eingeht. Doch woran erkennt man, dass der oder die Partnerin die Gefühle nicht respektiert und die Bedürfnisse nicht ernst nimmt? Ein Anzeichen dafür ist, wenn dein Partner oder deine Partnerin Dinge tut, von denen er oder sie weiß, dass sie dich verletzen. So ein Verhalten ist absolut toxisch und sollte dringend geklärt werden. Auch wenn er oder sie ständig Grenzen überschreitet oder Versprechen bricht, solltest du das Gespräch suchen. Denn sobald man in einer Beziehung ist, hat man auch gewisse Verpflichtungen dem Partner oder der Partnerin gegenüber, die respektiert werden sollten. Steht dein Partner oder deine Partnerin in Diskussionen oder im Streit auf deiner Seite und verteidigt dich? Falls nicht, könnte das ein weiteres Indiz dafür sein. Natürlich muss man nicht immer einer Meinung sein, doch normalerweise solltet ihr als Team zusammenhalten. Wer seine Beziehung wertschätzt und wem der oder die Partnerin am Herzen liegt, sollte auch ab und an mal fragen, wie es einem geht. Ist das nicht der Fall, könnte es dafür sprechen, dass die Beziehung nicht auf gegenseitigem Respekt beruht.